Am Freitagvormittag wurde das Seniorenzentrum St. Agnes in Dernbach im Rahmen einer Feierstunde offiziell eingeweiht. Pfarrer Winfried Reit und Bezirksdekan Heinz-Walter Bartenhaier feierten den Festgottesdienst. Wegen der großen Zahl der Besucher wurde die Eucharistiefeier über eine Bild- und Tonleitung auch in andere Räume übertragen. Im Anschluss an den Gottesdienst segnete Pfarrer Winfried Reit alle Räume und Gänge des Hauses. Der Geschäftsführer der Katharina Kaspar Holding, Alfons Donath, steht für die Bewohnerinnen von St. Agnes ein. Jede Nonne erhält eine neue Heimstatt mit moderner Ausstattung und eigenem Bad. Und wenn es sein muss, ist auch eine vollstationäre Betreuung inbegriffen. Die Geschäftsführerin der Katharina Kaspar via Salus, Elisabeth Disteldorf, zeigte die mehr als 160-jährige Geschichte der Gemeinschaft der armen Dienstmägde Jesu Christi auf, deren offizielle Geburtsstunde am 15. August 1851 in Dernbach geschlagen hatte und die sich bis heute im neuen St. Agnes Haus niederschlägt. Wir haben das Haus St. Agnes, das neue Haus für die Ordensschwestern der armen Dienstmägde Jesu Christi geplant und auch umgesetzt mit 74 Plätzen für die Schwestern. Und das Ganze ist in Eigenregie und mit Eigenmitteln in Höhe von 5,8 Millionen Euro realisiert worden. Das Ganze über die Generalunternehmung von Firma Deisenbau gemeinsam mit Architekturbüro Tillmann in Koblenz. Wir haben hier eine Brücke, um die hauswirtschaftliche Versorgung von St. Agnes sicherzustellen. Es gibt eine gemeinsame Heimleitung, das ist die Frau Belgrad. Insofern haben wir hier ganz viele Synergien, die ausgetauscht werden. Maria Simone Weber, die Provinzoberin der armen Dienstmägde Jesu Christi, spannte den Bogen vom früheren Kindergarten zum jetzigen Seniorenzentrum. Sie sieht in dem Neubau des Agnes Hauses den Auftrag, sich um die ältere Generation der Schwestern ebenso zu kümmern wie diese früher um die Kinder. Also viele sind überrascht, wie schön es ist. Manche trauern natürlich dem Herz-Jesu-Heim nach, weil das so ein schöner neugodischer Bau ist mit den Größen, mit den Bogen und so in den hohen Fluren. Aber sie werden sich hier auch eingewöhnen und sie sind überrascht, wie schön es ist. Die Einrichtungsleiterin des St. Agnes Seniorenzentrums, die auch das St. Josef Haus betreut, Annika Belgrad, freut sich auf die duale Herausforderung. Wir haben ja auch im Josefs Haus Orden Schwestern wohnen. Dadurch ist man mit dem Orden schon vertraut und man ist ja hier nicht alleine. Die Hausoberin, die Schwester Janett vom Orden steht uns ja zur Seite und wir können das zusammen machen, mit der Frau Teufel zusammen. Also das klappt ganz gut, glaube ich. Wir sind hier wirklich durchs Haus gerast und haben überall geguckt, wo alles kaputt ganz noch gerichtet werden muss. Und auf einmal waren hier überall Schwestern und haben ihre Sachen aufgehangen und eingeräumt. Und ja, so erweckt ein Haus zum Leben und das war ein ganz toller Moment für uns. Wir holen einfach alles hier rüber, ergänzen es mit Sachen von uns aus dem Josefs Haus. Also ich denke, die Schwestern werden hier gut aufgehoben sein, mit guten Nachbarn hier und da wird viel Leben in die Bude kommen. Bei schönstem Wetter wurde im Anschluss mit allen Gästen gefeiert. Für die musikalische Untermalung sorgte die Band Orange Moon, mit der es so seine Besonderheiten hat. Das Ehepaar Angela Buchholz und Franz Schmitz sind der Katharina Kasper Gruppe ganz besonders verbunden. Franz Schmitz ist Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums in Andernach. Ja, ich arbeite bei der Dernbacher Gruppe Katharina Kasper und bin Leiter des Seniorenzentrums Katharina Kasper in Andernach. Wir singen speziell auch bei uns in der Einrichtung viel mit den älteren Menschen, auch mit Demenzkranken, weil Musik ist immer ein verbindendes und belebendes Element. Ich finde es super, dass so viele schöne Menschen hier zusammenkommen von jung und alt und hier ein Fest feiern. Und es ist etwas ganz Besonderes auch hier am Ort wieder entstanden. Die Verbindung Seniorenzentrum für Ordensschwestern in Verbindung mit dem Seniorenzentrum St. Josef. Die gelernte Geigerin und Keramikerin Angela Buchholz arbeitet nebenher mit auch dementen Bewohnern des Josef-Hauses und hat mit ihnen zusammen das tolle Relief geschaffen, das als Willkommensgeschenk überreicht wurde. Wenn ihre Kunst und ihre Freude an der Arbeit mit Senioren zusammentreffen, sind das für Angela Buchholz-Schmitz die Glücksmomente, für die sich alles lohnt. Da ich hier auf der Fachschule meinen Gestalter gemacht habe in Höckrenshausen, habe ich mein Leben lang immer mit Keramik gearbeitet und hatte dann gedacht, ob vielleicht im Seniorenzentrum die Menschen, die ja auch hier aufgewachsen sind, da sind bestimmt viele mit Keramik in Verbindung gewesen, haben in der Keramik gearbeitet, ob wir zusammen nicht etwas machen könnten. Und so entstand die Idee, ein Bild zur Einweihung von diesem Seniorenzentrum zu fertigen mit allen Bewohnern. Und so endete mit allem, was für Leib und Seele wichtig ist, eine sonnige Einweihung des St. Agnes-Hauses für die älteren Schwestern der armen Mägde Jesu Christi in Dernbach. Vielen Dank. Vielen Dank.